servus und hallo zu stella aber geschafft wo sind wir jetzt in der eiswelt oder so die spiel des events wirklich unglaublich stimmungsvoll gut macht es macht mir echt spaß ich habe das spiel am anfang total unterschätzt ich dachte ja mal angespieltmacher und so und dann habe ich aber auch nicht gerendert und ja habe eine großartig weiter gespielt und jetzt keine ahnung monat zwei monate später ist wieder angefangen und die blauen schilder sagen wir immer was kommt vorher waren da tätakel drauf jetzt ist da so dinosaurier drauf mein ja nur nicht so gut hört auf geht weg es ist schon wieder so hektik level okay nein 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 okay warten bis die teile weg sind das ist quasi kennt nur irgendwer im lande der raketenwürmer den uralten trash film mit kevin welken haben auch so dinger unter der unter dem boden rumgewuselt die auf geräusche reagiert haben es uralt er ist aus die 80er oder so der film unbedingt mal ansehen glaube ich war sogar mit einer der ersten filme von kevin welken ob es wirklich der erste war weiß ich nicht oh mein gott gesehen ja im englischen glaube ich heißt der tremors und insgesamt gibt es vier teile davon film als zwei waren okay und dann war es eigentlich nur noch scheiße im vierten teil glaube ich fliegen die dinger dann das war nicht so der hit hier ja aber trash filme voll meins also wenn es nur noch scheiße sind dann nicht aber das kann ich doch verschieben irgendwie wollen wir mal hin was macht das wenn es war das gut weiß es nicht was was hat man das gebracht kann da drauf springen wahrscheinlich jetzt weiter es bringt es bringt ja null dass er das teile jetzt runtergerollt hat bringt mir das irgendwas mein das liegt jetzt da unten nein kann ich auf dem vorsprung da oben rauf nein kann ich nicht liebe zuschauer lieber chat wenn irgendwer irgendeine idee hat was hier zu tun ist immer her damit vollkommen okay weiter nach rechts da kann ich ja nicht da falle runter ich glaube tatsächlich muss darauf aber ich weiß nicht wie und was bringt es mir dass ich jetzt hier bin was bringt mir das ich glaube ich muss einfach weiter nach links kann es sein ist es so einfach er wieder viel zu kompliziert gedacht ja ich glaube ich muss einfach weiter nach links weil anders macht der stein keinen sinn ich weiß ja gar nicht mehr woher kommen bin ich habe immer null orientierung ja sage doch okay alles gut viel zu kompliziert gedacht ich dachte bin ich herkommen bin ich aber gar nicht im moment ist sehr leise das spiel beziehungsweise ich höre überhaupt nichts also da ist ein ton das finde ich sehr schade weil die musik ist großartig von dem spiel so warum höre ich eigentlich nichts jetzt ganz leise kommen doch wieder die ich nenne es mal sandwürmer ja kommen schon okay wenn ich mich bewegt dann krabbeln die da auch rum würde ich ganz schnell darüber laufen und da drauf springen okay all verstanden okay hier dürfte relativ safe sein hoff ich ich komme darauf so jetzt haben wir wieder musik die wieder sehr laut ist die sound einstellungen die sind schon ein bisschen wild hier okay was steckt da für mechanik dahinter wenn ich da drauf springen falle fahrt ist so runter okay wenn ich schon mal hier bin kann ich da ich muss das schild irgendwie da runter bringen denke ich das ist doch ein großer gong da ah der verjagt die teile okay kann ich es nochmal machen nein tot oder nein gut dann fahr mal da runter mit dem teil für irgendwas muss es ja gut sein ja kommen die wieder zurück ich denke oder also lauter musik passiert gleich irgendwas ja 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 ton ton verscheuchtes fichter verstanden ist auch wieder so gong aber der ist kaputt aber den brauche ich jetzt irgendwas muss sie doch hier tun können nein gar nichts das ist schon mal blöd irgendwas muss hier zu tun sein gibt es ja nicht da muss doch was sein kann ich hier rauf nein nein na spring da rüber nein da geht es nicht drauf der gong ist offensichtlich kaputt hier kann ich gar nichts machen oder nein aber er zeigt mal er markiert ja das sogar das eine teil da ich komme nur nicht hin das ist ja voll dumm kann ich irgendwo irgendwas nehmen irgendwas muss ich hier tun kann ich hier von dem feuer was mitnehmen hmm jet ihr seid wieder krackt movement little socks hi oh 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 no jump run adventure thing i really like that kind of games maybe maybe you think it's boring but i think it's great yep i know it burn this time burn it down burn it down to give it to give it to give it another chance and it's really great really really great oh no oh no oh no oh no run 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 wow that was close uh an alle youtuber super zuschauer natürlich wenn englische zuschauer da sind spreche ich englisch hoff das stört nicht wenn doch dann tut's mir leid so yeah i decided to to play this game and not plenty coaster because i think i need a plenty coaster break at the moment in this game it's it's very similar similar to uh limbo but with colors and i really like it oh another riddle feel free go back to no you are here you understand german you don't understand german and batch also understands english so i don't mind so i just said if there are german viewers that's not happy with english they just told me so i can switch back but yeah and he still calls me ben yeah i know i'm a nice person when i'm not an asshole okay okay so 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 a moment have you have you take a look at my at my submission to your contest just want to know what you think or when will you spotlight it i mean there's a lot of um submissions i have you love yeah cool thank you uh i have no idea how what to do here here's this thing so i can move up and down other side maybe here's nothing to do first october oh cool first october you showcase them all okay that's about i haven't counted the submissions but i think it's about 9 or 15 or something that's a long video 17 wow and you do it in youtube videos correct or do you do a stream i have no idea what to do here and i need a torch and i need i need to go to that fire thingy just a normal video on a friday oh okay yeah great great and thanks a lot for for spotlighting all submissions that's really cool so uh back to the game here has anyone an idea what to do what do i miss how do i get up there huh have i missed here something no how do i get back here i have to go down here no idea this even don't reach the ground here so or does it yeah it does okay great okay here we here we go here we go so fetch an woman i seriously need help here i have no idea how to fix this okay something have to ah here's a torch i'm i'm so dumb okay sorry i'm dumb okay everything's fine i'm just dumb we need to go up so liebe youtube zuschauer manchmal dauert es halt ein bisschen ne da aber was genau wir hier tun mit dem ding seht ihr ihr ahnt es schon im nächsten video ist eh ein sehr langes video jetzt geworden wir fahren wir das teil nur hoch und dann sage ich vielen dank fürs ansehen servus tschüss bis im bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.